Online-Geister. Thema der Sendung. Hallo, willkommen zum Thema der Sendung, liebe Podcast-Hörer und willkommen zurück, liebe Radio-Hörer auf Radio Korax. Hashtag Thema der Sendung. Hashtag. Online-Geister. Hashtag 45. Also wir sprechen jetzt und heute über Hashtags. Nur noch in Hashtags. Und wie immer geben wir unsere drei Hinweise, in dem Fall Hashtag-Hinweise. Also wir sprechen hier über das Thema, aber können halt immer nur einen ersten Impuls geben. Das wird immer zwangsweise oberflächlich sein müssen. Zweitens für Fragen und Hashtag Feedback sind wir immer erreichbar. Und alle Infos zur Sendung gibt es im Hashtag Wiki bei Hashtag der Seminar. Hashtag Online-Geister.com ohne Hashtag. Schreibt uns nicht mit Hashtag, dann kommt ja auch nicht auf die Seite. Wir haben es fast hinbekommen. Okay, also Scherz beiseite. Ist aber auch wirklich Scherz beiseite, denn wir fangen ja erstmal mit einem anderen Thema an. Warum haben wir uns überhaupt für das Thema Hashtag entschieden? Es hat unter anderem damit zu tun, dass aktuell der Gerichtsprozess gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein begonnen hat. Und diese gesamte Thematik um Harvey Weinstein und dessen, ja auch, wurde ja vorgeworfen, sexuelle Angriffe gegen Frauen, gegen Schauspielerinnen, ist ja vor allem 2017 durch die MeToo-Bewegung, genauer gesagt durch Hashtag MeToo populär geworden. Wo Frauen ja gesagt haben, das ist mir auch passiert, Hashtag MeToo. Genau. Das war zunächst auf Harvey Weinstein. Das war so quasi der Nukleus gewesen, damit hat es angefangen. Ja. Und hat sich dann ja ausgeweitet zu einem, ja wirklich auch globalen Phänomen, wo es dann generell einfach um das Thema Alltagssexismus ging. Aber auch, habe ich gesehen, nicht nur von Frauen, auch durchaus von Männern. Also es gibt auch die MeToo-Variante aus der männlichen Perspektive. In der Tat. Aber das hat uns einfach auch ein bisschen dazu bewogen, uns dann erstmal mit Hashtags zu beschäftigen, war einfach auch aktueller Anlass. Und da vielleicht auch erstmal die wichtigste Frage und auch erstes großes Thema. Was sind überhaupt Hashtags? Hashtag Why? Hashtag What? Why kommt später? Also interessant für dich. Also Hashtag, was ist das Wort? Ich kenne ja hauptsächlich von Twitter. Das ist mir später auch auf Instagram und Facebook aufgefallen. So ein Marker, dass man Teil einer bestimmten Diskussion wird oder dass der Tweet entsprechend markiert wird. Dass man irgendwas schreibt, dann kann man sagen, Hashtag Sarkasmus, ah, das war sarkastisch gemeint. Oder gerade passiert irgendetwas Tagespolitisches, Aktuelles, Weltweites und das hat bestimmt ein Hashtag erzeugt. Man will dazu etwas sagen, also sagt man Hashtag diese Sache, die dazu gehört. Also ein Marker für ein Thema, für eine Sache. Wie eben Hashtag MeToo. Der Duden hat den Hashtag auch schon mal definiert. Also Zitat mit einem vorangestellten Rautezeichen markiertes Schlüssel oder Schlagwort in einem elektronischen Text. Ja, Schlagwort ist, finde ich, gut. Also im Grunde sind Hashtags thematische Schlagwortmarkierungen. Kann man eigentlich so zusammenfassen. Und erfunden wurde das Ganze übrigens 2007. Also Hashtags sind eigentlich nur 13 Jahre alt. Das ist gar nicht so alt, wenn man mal bedenkt, wie verbreitet die eigentlich sind. Nein, vor allem wie Twitter, oder? Sogar ein Jahr jünger als Twitter. Twitter ist 2006 gegründet worden. Und das Hashtag wurde... Das Hashtag wurde 2007 vom Twitter-Nutzer Chris Messina vorgeschlagen. Und da auch das erste Mal im Internet, dass der Begriff verwendet wurde. Zitat. How do you feel about using pound for groups? As in pound Barcamp. Also pound als englischer Ausdruck für das Rautezeichen. Und das ist ja auch die Alternative Hashtag. Also ich kenne aber auch Hash durchaus als Bezeichnung für auch dieses Pound-Zeichen als Alternative, woher dieses Hashtag durchaus auch mitkommt beispielsweise. Aber es gibt verschiedene Zeichnungen. In Deutschland kennt man es ja wirklich auch als Rautezeichen historisch. Hat ja jeder auf Telefon das Tor. Vielleicht noch Kreuz, wenn man musikalisch bewandert ist. Es ist das gleiche Symbol wie das musikalische Kreuz, um einen Ton, einen Halbton höher zu setzen. Statt C, Cis. Ihr könnt euch auch gerne mal den Wikipedia-Artikel dazu durchlesen. Da wird auch sehr stark auf die Geschichte des Zeichens an sich mit eingegangen und wie weit das schon zurückgeht. Wir wollen das Ganze jetzt aber erstmal ausklammern. Und da einfach nur als Hinweis. Also Twitter hat Hashtags in dem Sinn nicht erfunden. Zwar ein Nutzer gewesen. Der sagt von sich heute übrigens auch in seiner Twitter-Bio, er ist der Erfinder des Hashtags. Und es lässt sich auch wirklich auf ihn zurückverfolgen. Aber Twitter hat es halt eben mit Tumblr übrigens zusammen zuerst umgesetzt. Also Twitter und Tumblr waren so die Hashtag-Pioniere gewesen. Da sind die aber weniger im Text selbst drin. Eher so unten als Schlagwörter, als Tags, als Taglines. Als Schlagworte, genau. Also wirklich als Schlagwort, als Verschlagwortung, als Schlagwort-Markierung. Also wie früher die Tags bei YouTube, die man auch anklicken konnte. Ähnliche Videos, zack, Klick. Und zunächst waren bei Twitter, wie auch dann später bei Tumblr, plus halt die ganzen weiteren Plattformen, die später auch mitgezogen haben, waren die Hashtags erstmal nicht klickbar und wurden halt eben, wie gesagt, nur bei Twitter und Tumblr benutzt. Haben sich aber später halt auch entsprechend erweitert und gehen an sich in der Internetverwendung oder digitalen Verwendung eigentlich auf RC-Chats zurück. Also IRC, Internet Relay Chat, das kürze. Kennst du das noch irgendwoher? Ich kenne es noch, habe es wenig benutzt, aber ich kenne es jetzt wieder von Discord, weil die das gleiche Symbol benutzen, um die einzelnen Gruppen innerhalb eines Servers abzugrenzen. Du hast halt den Hashtag General, also für den generell allgemeinen Chat. Du hast Hashtag Movies, Hashtag sonst was. Oder eben Raute-Zeichen für die einzelnen Chat-Räume zu den Themen. Für unsere Business-Hörer der Vergleich, Slack ist mehr oder weniger das gleiche wie Discord. Das wird nach selbem Prinzip verwendet. Und beide gehen halt eben zurück auf diese klassischen IRC-Chats. Ich habe die damals zum Beispiel auch noch verwendet. Ich bin 2004 in einer Rollenspielgruppe beigetreten. Das lief wirklich noch alles über IRC. Das war sehr, sehr interessant. Es hat so richtig einen Retro-Charme gehabt, wenn man bedenkt, dass es halt eben in den 1980er-Jahren verwendet wurde. Fernsehkritik.tv hatte vor Massengeschmack noch einen IRC-Live-Chat zur Sendung, die gerade live lief. Übrigens konkret, 1988 lässt sich zurückverfolgen, wurde das Hashtag bei den IRC-Chats das erste Mal verwendet. Du bist im Jahr als Hashtags geboren. Das ist so alt wie ein Hashtag. Ja, ich bin so alt wie das Hashtag. Das darf ich mich alt fühlen. Hast du in den 30. eigentlich großrund gefeiert? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ja, du warst sogar eingeladen. War ich da? Nee, ich glaube, du konntest nicht. Ich glaube, du warst nicht. Egal. Reden wir nachher. Stern mal raus. Nee, komm, das ist persönlich. Das ist cool. Das wollen die Leute gerne. Wir müssen nahbarer werden. Ich bin letzte Woche 28 geworden. Okay, ich werde dieses Jahr 32, falls es irgendjemanden jetzt interessiert. Aber zum eigentlichen Thema zurück. Das ist das eigentliche Thema. Hashtag Oldtimer. Cool. Ja, Hashtag okay, Buhmone. Hashtag Hashtag. Also. Hashtag. Vielleicht generell erst mal, wie bekannt sind Hashtags überhaupt? Da habe ich eine Studie gefunden. Das war in dem Fall eine Infratest-DMAP-Umfrage, wo es darum ging, 1.501 Internetnutzer im Alter zwischen 14 und 49 wurden gefragt, ob sie Hashtag, das Hashtag Zeichen an sich kennen und in welchem Kontext und so weiter. Ja, das sieht ziemlich gut aus. 80% kennen dieses Zeichen und 69%, nice, wissen, dass es zu Twitter gehört oder auch zu Twitter gehört. Ja, 47% The Flow and Prosper sagen, dass es sogar nur zu Twitter gehören würde. Also sie kennen das Hashtag nur von Twitter. Ja, also legitim Twitter erhält sehr viel Medienaufmerksamkeit und 40% kennen es aus der Werbung. Daher würde ich es gar nicht kennen, aber ich kann mir vorstellen, dass das Firmen sagen, ja, macht Werbung für uns mit Hashtag Coca-Cola oder so. Hashtag McDonalds, Stories, so was. Ja, kommen wir später zu. Genau. Hashtag Werbung. Dann nächstes großes Thema, nachdem wir jetzt erstmal so halbwegs geklärt haben, was ist überhaupt ein Hashtag, wie ist es entstanden? Jetzt natürlich auch die wichtige Frage, wozu werden Hashtags verwendet? Hashtag why. Und da kann ich sagen, wie deutsche Wissenschaftler herausgefunden haben. Das klingt immer seriös. Also es gab wirklich, es gab Forscher an der Universität der Bundeswehr in München, haben sich wirklich im Jahr... Warum die Bundeswehr? Oder es ist einfach die Universität der Bundeswehr? Sie hatten es mit der Bundeswehr zu tun? Nee, die Universität der Bundeswehr. Also da haben sich halt auch, da gibt es ja auch Wissenschaftler und die haben dann eben geforscht. Macht durchaus Sinn, die Bundeswehr macht ja seit mehreren Jahren, krasse Werbekampagnen, auch unter anderem mit Hashtags. Hashtag wir, die in Deutschland oder sowas? Ja, irgendwas in diese Richtung alles. Ach Gott. Also es sind verschiedene Hashtags halt. Und da wurde halt im Januar 2019 ein Paper publiziert. Und da habe ich mir einfach mal rausgeschrieben, es gibt dort zehn Gründe, warum Leute Hashtags nutzen. Hashtag zehn. Und hier dann eben unsere zehn wichtigsten Gründe. Also erstens, andere Leute damit unterhalten, mit den Hashtags. Also quasi ein lustiges Ding finden. Das hat Neo Magazin sehr gut gemacht. Die hatten jedes Mal das Hashtag ihrer Woche, wo meistens so ein kleiner Gag mit versteckt war. Fällt kein Beispiel mehr ein. Inhalte organisieren und strukturieren. Da kommen wir wieder zurück zum IRC. Also hier die einzelnen Kanäle für die einzelnen Chats, für die einzelnen Gruppen. Wenn ich was darüber hören will, klicke ich auf Hashtag Bachelor. Und da reden gerade alle über die Fernseite und Bachelor. Genau. Eben die Verschlagwortung. Also die Verschlagwortung. Also Kategorisierung und Katalogisierung der Inhalte. Dritter Punkt, also dritter Grund. Posts kreativ gestalten. Ja, das ist glaube ich Ästhetik. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Geht auch in Richtung unterhalten wieder. Ich kenne das einfach, wenn man an strategisch sinnvollen Punkten im Tweet ein Hashtag setzt. Aber natürlich auch die Gruppenzugehörigkeit. Wenn ich das Hashtag von einer Sache mache. Ich bin aber bei Sportveranstaltungen. Da werde ich nächste Folge, kleiner Ausblick, ein bisschen was darüber erzählen. Wenn man gerade Wrestlemania guckt, Hashtag Wrestlemania. Zack, dann müssen wir also mit allen zusammen die Aufgabe Wrestlemania gucken. Oder halt einfach, wenn es um bestimmte Subkulturen, Gruppierungen etc. geht. Alles bei euch, ja. Hashtag D und D. Hashtag Fußball. Der nächste Grund. Fünftens Trendgaging. Also das Mitmachen von Trends. Also als Coverwort aus Trends und Engaging. Ach, Engage. Also mitmachen bei Trends halt. Das hat einfach eben das Hashtag dafür vor allem verwendet. Wir sehen den Trend. Ich will Teil des Trends sein. Zack, ich benutze den Hashtag. Und das ist auch typisch für? Eine enge Bindung demonstrieren. Ich bin Teil dieser Gruppe. Ich habe eine eigene Gruppe. Die sind sehr ähnlich, diese 10 Punkte. Ja, es geht alles in eine grob ähnliche Richtung. Die wollten auf 10 Punkte kommen. Siebtens ist, andere Leute inspirieren. Ich finde, es geht auch in eine sehr, sehr ähnliche Richtung, wie Post kreativ gestalten, andere unterhalten. Also es geht alles in eine ähnliche Richtung. Aber das ist ein Reichweite steigern. Der nächste Punkt ist schon, ja, man sieht, dass irgendwas trendet. Benutzt man den Hashtag und bekommt dann mehr Leute in die Timeline reingespült. Bei uns im Marketingbereich nennt sich das auch Piggyback- oder Huckepack-Taktik. Dass wir halt eben ganz bewusst so populäre Hashtags benutzen und dann halt eben auf den Zug mit aufspringen. Ganz verbreitet, aber Hashtags dienen ja auch häufig dazu, zum Beispiel Posts zusammenzufassen, nur Untergrund. Ja, das ist wieder so ähnlich in einer Gruppe oder zu einem bestimmten Thema. Da sind wir dann wieder. Du kriegst ja noch andere Abgrenzungen. Und das große Finale, das wäre? Unterstützung für andere. Hashtag Unisono, Hashtag Schnaps. Was macht man da? Der Hashtag Jesui irgendwas. Ich bin auch das und das. Jesui Charlie und was es da so alles gab. Hashtag Halle. Also es ist ja auch dieses Jahr, nicht so lange her. Ja, beispielsweise auch das. Also halt einfach, um auch so ein bisschen Gruppenzugehörigkeit zu zeigen, aber halt auch eben, um zu zeigen, ich fühle mit dir, ich leide mit dir. Also halt eben Hashtags wirklich auch sehr häufig als so eine Art emotionaler Marker, könnte man fast sagen. Auch nach diesen Forschungsergebnissen. Ja, ja. Du musst ja mehr darauf achten, was der eigentlich Zweck von Hashtags ist, wenn ich auf Twitter bin. Meistens ist es einfach nur, ja, zu Wiederfinden oder zur Markierung des eben Gesagten. Ich kann Antwort darauf geben, wofür Hashtags vor allem verwendet werden. Das sind eigentlich zwei Hauptgründe einmal. Also Hashtags werden als Marke verwendet. Das denke ich, haben wir jetzt schon deutlich ausgekehrt. Und Hashtags gibt es vor allem in zwei großen Themenbereichen. Einmal beschreibend deskriptiv und thematisch metaphorisch. Also beschreibend deskriptiv beispielsweise sowas wie Hashtag Hund, Hashtag Wiese, Hashtag Kind, Hashtag Spielen. Ich denke da gerade an Instagram-Posts von einem Spielen Hund auf der Wiese. Also die halt einfach wirklich ganz allgemein ein zum Beispiel Bild beschreiben oder eine Situation beschreiben. Und das Zweite werden halt eben thematisch metaphorische Hashtags. Sowas wie Hashtag Glück, Liebe, Philosophie, Inspirieren, sowas in diese Richtung. Wie jemand sagt, oh, heute hat mir mein Partner super leckeres Mittagessen gekocht. Hashtag Liebe, Hashtag Glück. Genau, Hashtag Satter Bauch oder irgendwie sowas in diese Richtung. Also du kannst halt Hashtags, also zumindest werden die meisten so verwendet, entweder für wirklich einfach was du siehst, eben dieses deskriptive, beschreibende verwenden oder halt eben wirklich eher als Metapher, also eben dieses metaphorische, thematische, das ist halt eher so eine Art Gefühl, Setting, Atmosphäre halt mit erzeugen soll. Also weniger halt im direkten, sondern im indirekten Bereich. Welche Folge war die Emotionalität im Internet mit den Spiegelneubonen? Unsere Folge Nummer 12. Wenn wir sehen Hashtag Glück, dann wären wir doch auch glücklich, oder? Nicht immer, aber... Wenn ihr sie nochmal hört, dann macht uns das auf jeden Fall viel Spaß. Was wir noch mit Hashtags machen können, was es noch für interessante Beispiele gibt, erfahren wir nachdem ich wieder einmal der Roussinorchestra ausgepackt habe, denn wir hatten noch nicht eine Sendung, den Jigsaw Hustle. Diablo-Synorchestra mit dem Jigsaw Hustle. Und dann sind wir zurück im Thema der Sendung. Hashtag, Hashtag, Hashtag-Fabulär, Hashtag, Hashtag? Und gerade am Anfang Hashtag MeToo. Ja, Hashtag MeToo. Das würde ich nochmal aufgreifen wollen, wir hatten es ja eingangs schon erwähnt. Und es gibt auch Ableger von MeToo. Hashtag Aufschrei fällt mir da sofort ein. Genau. Oder Hashtag MeToo. Das müssten wir jetzt anders bezeichnen. MeToo quasi. Also englisch ausgesprochen, also ME-Zahl-Zwei. Genau. Du weißt noch, worum es da ging? Rassismus, glaube ich, oder? Genau. MeToo ist ja Alltagssexismus. Und dieses MeToo ist dann Alltagsrassismus an der Stelle. Und genau, es gab auch 2013 übrigens schon in Deutschland das Hashtag Aufschrei. Irgendein alter Mann hat einen Journalisten in den Aufschluss gegafft. Genau gesagt, das war der FDP-Politiker Rainer Brüderle, der einen Hotelangestellten nachgestellt hat, um es mal nett zu formulieren. Und das hat in Folge, vor allem im Jahr 2013, zu halt eben sehr, sehr vielen Diskussionen geführt, halt eben über Alltagssexismus in Deutschland. Also in dem Fall nicht die Amis, sondern wir haben es mal erfunden. Und es gab sogar schon eine Variante davon 2015, nämlich den Schweizer Aufschrei. Der hat zwar jetzt nicht ganz so lange gehalten, Deutschland war es ja wirklich ein langes, langes Thema. Und die Initiatorinnen von diesem Hashtag, die einfach nur das Hashtag vorgeschlagen haben, so ein bisschen als Bild der Bewegung, haben sogar den Grimme Online Award bekommen. Wurden bei Spiegel TV eingeladen, sowas. Also war wirklich zu dem Zeitpunkt, ist jetzt auch schon sieben Jahre her, aber ein sehr, sehr großes Thema. Okay, dann Hashtag, weil wir dich lieben, von der BVG-Kampagne, Berliner Verkehrsgesellschaft. Genau. Haben ja auch mal was gemacht in der Sendung zur Werbung. Genau, also wir würden jetzt einfach nur mal alles ein bisschen abklamüsern. Also einfach nur mal ein paar Beispiele für Hashtags und wie sie verwendet werden. Also nicht wundern, wenn das jetzt in verschiedene Richtungen geht, liebe Hörer. Aber genau, die Weil wir dich lieben-Kampagne, ursprünglich ja so eine Pro-Kampagne für die BVG gedacht, was jetzt auch ganz gut funktioniert. Jetzt Weltkulturerbe werden möchte. Ja, ich meine, das funktioniert ja auch ganz gut. Aber das Hashtag wurde auch am Anfang erstmal von den Leuten gekapert, weil das halt richtig nach hinten losging am Anfang. Und hat eben, weil wir dich lieben, da haben dann Leute geschrieben, also Hashtag, weil wir dich lieben, lassen wir dich um drei Uhr morgens bei klirrender Kälte im Regen stehen und fahren mit dem Bus einfach weiter. Also so die Negativerfahrungen mit der BVG. Wurden erstmal gesammelt. Ich glaube generell die BVG noch besser als die meisten anderen Fresser-Kennschaften in Deutschland. Ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht, obwohl ich relativ oft in Berlin bin. Aber das ist etwas eigentlich ganz, ganz Normales, muss ich sagen, dass auch gerne Hashtags gekapert wären. Ein anderes Beispiel, was ich gerade wüsste, wären McD-Stories. Also wie McDonalds, bitte nicht falsch verstehen. Da hast du davon schon mal gehört? Als es angefangen hat mal kurz am Rande, ja, da wurde doch extra von Twitter auch dieses McDonalds M mit dazu gepackt. So als Hashtag-Emoji, die es ja auch manchmal gibt. da warne ich euch mal davor. Also ihr könnt gerne, wenn ihr uns über das Smartphone hört, die Podcast App einfach nur minimieren, Twitter aufmachen und dann dieses Hashtag MCD Stories mit IE schreibt. Ist das nicht jugendfrei? Nee, nicht, dass es nicht jugendfrei ist, aber es könnte etwas eklig werden. Ach so. Denn ursprünglich war dieses McD Stories halt einfach eine Kampagne von McDonalds gewesen, um halt eben die regionalen Zulieferer ein bisschen zu promoten, um halt zu zeigen, ja wir McDonalds machen halt viele tolle Sachen und es ist halt alles öko und nachhaltig, was in diese Richtung. Also halt eben so diese Geschichten halt. Aber das wurde halt eben sehr, sehr stark gekapert von Nutzern und hat eben umgewandelt zu halt den Horrorgeschichten, die man bei McDonalds schon erlebt hat. So nach dem Motto, was war noch in den Pommes drin? Nun, was man so gefunden hat. Ich bin da ja nicht mehr da gewesen, ich kann dazu nichts sagen. Aber das ist halt auch so ein Beispiel einfach, wie sich ein Hashtag evolutionär entwickeln kann. So ein Hashtag gehört dir selbst niemals. Das ist einfach nur, du verwendest es, vor allem, wenn andere Leute es für sich verwenden, dann wird es halt irgendwann von anderen halt auch benutzt. Das ist zwar jetzt nicht ausschließlich so, es gibt ja auch ein paar Kontroverse um Hashtags, aber beispielsweise, wir haben ja auch unser Hashtag Online-Geister und das ist auch Einladung an euch da draußen. Ihr könnt auch gerne das Hashtag verwenden. Das ist zwar immer im Kontext mit unseren Produktionen, aber am Ende, das ist ja auch ein Kommunikationsmedium. Also wenn ihr uns erreichen möchtet, einfach irgendeinen Tweet, Instagram-Beitrag, was weiß ich nicht, Hashtag Online-Geister reinsetzen. Das finden wir. Und wir antworten schon. Kann man ja auch in Tweetdeck einstellen, dass man nicht nur das eigene Kanal folgt, ein eigenes reguläres Feed hat, sondern auch alle Tweets zu einem Hashtag sofort sieht in einer Spalte noch Tweetdeck. Genau, also das Zwitscher-Stockwerk, das Tweetdeck.twitter.com kann ich empfehlen. Das war mal ein eigener Dienst, wurde dann ja von Twitter aufgekauft und das ist schon so eine Pro-Variante von Twitter. Genau, also gerade wenn man mehrere Kanäle verwaltet, wie zum Beispiel beim privaten Kanal, dem Online-Geister-Kanal und so weiter, dann hat man da eben alles auf einen Blick. Oder falls ihr halt einfach verschiedene Hashtags abonnieren möchtet, das geht nämlich da auch. Twitter-Wall, das werden auch oft darüber gemacht, wenn hier Twitter-Wall, wir haben Hashtag Pen & Paper, Hashtag Spitzestifte, Hashtag Glocket-Beans, bei den Pen & Paper-Sachen Glocket-Beans. Genau, das ist jetzt für ein neutraleres Beispiel bei uns einfach mal, wie wir es halt verwenden, aber es gibt auch immer mal wieder Kontroversen um Hashtags, sei es jetzt bei Weißiglima oder McLeod-Stories, aber es gibt zum Beispiel auch, das war Hashtag Rio 2016, nämlich gewesen. Da gab es auch wirklich Klagen, weil dieses Hashtag reserviert war für die offiziellen Sponsoren der Olympischen Spiele in Rio. Kannst du kein Hashtag reservieren? Ja, eigentlich nicht, aber in dem Fall ist halt das Internationale Olympische Komitee, das war ja der Deutsche Olympische Sportbund, ganz schnell gegen alle Leute vorgegangen, die dieses Hashtag wieder rechtlich verwendet haben. Welche Klage, welche Anklage? Abmahnungen einfach, weil sie halt angeblich oberrechtlich geschütztes Material verwenden. Ein Hashtag ist ein oberrechtlich, was? Ja, die Bezeichnung halt eben und das Hashtag sei eben reserviert für, aber das ist alles sehr, sehr fragile Konstruktion. Es ist ein Name einer Stadt und Jahreszahl. Ja, es ist eine sehr fragile Konstruktion, aber das ist so ein schönes Beispiel, wie es halt eben schlecht laufen kann, ähnlich wie die Dorfkinder. Das habe ich mitbekommen, das war ja gar nicht so lange her, wo man sagt, ja, Dorfkinder sind toll, die können anpacken und so weiter und dann alles, was auf dem Dorf halt scheiße läuft. Dorfkinder haben kein Internet. Hashtag Dorfkinder müssen umziehen, weil Kohletagebau ihr Dorf platt macht. Genau, und da gab es ja auch das Problem, dass also Julia Klöckner, unsere Agrarministerin, der ja auch eine sehr starke Nähe zu Konzernen wie Nestle nachgestellt wird, also nach dem Motto, dass ihr nicht ganz unabhängig seid. Wie ist es nachgestellt? Die hat sich über Nestle unterhalten, Chef von Nestle? Ich will mich dazu jetzt nicht äußern, es wird sehr kontrovers um ihre Verbindung mit Nestle diskutiert, aber sie hat halt eben auch dieses Hashtag Dorfkinder mit gesetzt, sowas wie zum Beispiel hier Hashtag Dorfkinder bringen neues Leben in alte Mauern, wo es da um den Eröffnung eines Dorfladens ging, was an sich ja eine schöne Idee erstmal ist, also da kann man jetzt nichts gegen sagen, da möchte ich auch nichts gegen sagen. Es gibt auch generell jetzt jetzt gegen Dörfer oder Dorfkinder zu machen, aber es läuft halt so ländlich politisch einiges schief, was halt Dorfkinder schwierig macht. Und das hat auch dazu geführt, dass eben dieses Hashtag so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist und ähnlich wie bei der Weihlich-Diemen-Kampagne wurde auch dieses Hashtag Dorfkinder halt eben gekapert von vielen Nutzen, um halt zu zeigen, was eben alles gerade schief läuft. Stichwort öffentliche Verkehrsanbindung, Stichwort Ausbau, Stichwort, also von Infrastruktur oder genau das Gegenteil ja eigentlich, das Fehlen von Infrastruktur an vielen Stellen, das Zurückbauen von vielen Sachen, also einfach die Probleme, die man im ländlichen Raum hat an vielen Stellen. Kenne ich ja bei mir genauso. Ich komme ja ursprünglich auch aus einem Dorf bei Halle. Ich habe dankenswerterweise noch eine wirkliche Luxussituation bei mir gehabt. Ich habe eine Bahnhaltestelle und eine Bushaltestelle in der Nähe gehabt. Die am Wochenende nach 8 Uhr nicht mehr fahren. Doch, bei mir fuhren die sogar bis 24 Uhr, muss ich sagen. Das war echter Luxus. Ich war letztens mit Martin auf einer Party und dann musste ich um 20 Uhr mit einem Auto nach Hause fahren, weil später keine Bahn mehr gefahren ist. Kann vielleicht sein, wegen Bauarbeit momentan. Aber ich habe das, aber meistens ging es noch, also bis 24 Uhr ging das häufig noch. Aber trotzdem sage ich dazu, das ist echt Luxus dazu, weil ich am weitesten Sinne auch Speckgürtel von Halle noch gewesen bin dadurch. Aber das kann durchaus ein Nachteil sein und das ist halt eben bei diesem Dorfkinder-Hashtag so ein bisschen zusammengefasst worden. Genau auch wie andere Hashtags, wie zum Beispiel Boykott Barilla. Der hat nochmal rassistische Werbung gemacht, oder? War das das? Nicht ganz. Also in einem Interview hatte der Barilla-Chef mal gesagt, er möchte nur Werbung mit dem traditionellen Familienbild machen. Ach so. Also halt eben nur Mutter, Vater, Kind, sonst nix. Homophobe Werbung. Ja, sozusagen. Das ist halt eben dadurch mitgeschwungen und das hat es nicht so gut angekommen. Und da gab es halt dann auch entsprechendes Feedback und das ging übrigens sehr, sehr schnell dann. Also dieses Hashtag hat sich dann gebildet, gab auch einen entsprechenden Aufschrei. Okay. Und so zwei, drei Tage später hatte der Barilla-Chef dann im weiteren Interview gemeint, so dieses Ja, ich habe doch eigentlich alle lieb und ich meine das nicht so. Also in dem Sinne, Hashtags können auch eine gewaltige Wirkung erreichen. MeToo ist ein Beispiel, das ist ein anderes. Vor allem für Personen oder Firmen in der Öffentlichkeit, die halt keine schlechte PR sich leisten können und merken, dass da ein riesiger Shitstorm, wozu wir auch mal eine Folge gemacht haben, Hashtag Shitstorm auch hierzu kommt. Sehr empfehlen wir inzwischen das Shitstorm-Radar, habe ich schon mal erwähnt. Ist ein Twitter-Account, der mal guckt, wo auf Twitter läuft gerade ein Shitstorm und entsprechend den Auslöser verlinkt und dann ihm zeigt, Achtung, Kopf einziehen, Shitstorm-Alarm. Genau, also Shitstorm-Alarm, das Shitstorm-Radar kann ich allen Sturmjägern empfehlen. Ja. Okay, und das letzte wäre bei mir dann STD vs. DSC. Sex-Transmitte-Disease? Sexualkrankheit? Ja, nein, leider nicht ganz. Also es gibt eine neue Star Trek-Serie und dann meine ich nicht PK. Oh, Star Trek Discovery. Genau, es gibt einmal Star Trek PK, da haben sie sich bewusst dagegen entschieden, für einiges Kürzes. Also es gibt die Star Trek Discovery-Serie und ich hatte ja durchaus einen Fan. Ja, nee, ich wollte nur sagen, also Star Trek Discovery hat halt in Fankreisen durchaus für Kontroverse gesorgt. Gründe können wir dann anders mal besprechen. Aber es wurde halt eben von vielen nicht so als klassisches Star Trek gesehen. Ist vielleicht eine gute Science-Fiction-Serie, aber keine gute Star Trek-Serie. War so die Diskussion. Und das offizielle Hashtag-Kürzel für die Serie ist halt DSC. Aber bei Star Trek Discovery haben halt die erbosten Fans, die sich halt auch eben darüber äußern wollten, das Ganze halt mit STD, abkürzend, wie du schon gesagt hast, das ist ja ein englisches Kürzel ist für Sexually Transmitted Disease, sexuell übertragbare Krankheit. Also Geschlechtskrankheit, genau. Ja. Und das ist schon eine deutlich erkennbare Meinung. Um nicht in solche Fettnäffchen zu treten, haben wir sieben Tipps zusammengefasst. Was muss ein gutes Hashtag alles beinhalten? Hashtag Tipps. Hashtag Lifehack. Hashtag. Tipp Hashtag 1. Tipp Hashtag 1. Tipp Nummer 1. Also auf die Länge kommt es an. In dem Fall mal wirklich. Meine Empfehlung, Hashtags so lang wie nötig, so kurz wie möglich halten. Das hat sie auch gesagt. Am besten so fünf Zeichen sind okay, Wörter so lang wie unbedingt nötig sie sein müssen. Also in anderen Worten, kurze Hashtags sind besser, weil kann man weniger Rechtschreibfehler reinbauen. Hashtag MeToo und nicht Hashtag Das ist mir auch passiert. Beispielsweise. Abkürzungen sind völlig okay, auch wenn Leute nicht wissen, was gemeint ist. Aber Hashtag FFF Fridays for Future. Die Fridays-Demonstration der Schüler. Oder Hashtag LBM20 für die Leipziger Buchmesse 2020. Hashtag ByTheWay, ich nenne es nicht ByTheWay, BTV. BTV 17, die Bundestagswahl 2017. Ah, Bundestagswahl 17 und BTV 21, Bundestagswahl 21. Genau. Oder was auch ständig jetzt ich auf Twitter sehe, gerade am Wochenende und Mittwochs, Fußballspiele, die einfach nur die Kürzel der Vereine in drei Buchstaben sind. Was Hashtag und sechs Buchstaben, die ich nicht kenne. Inzwischen, wenn das in die Trends landet, macht aber Twitter auch ein kurzes Beschreiben des Dingens. Das ist der Verein versus den Verein. Was ich sehr angenehm finde, muss ich nicht googeln, wenn was anderes dazu gesagt wird. Also Tipp Nummer zwei, sinnvolle und selbsterklärende Abkürzungen nutzen. Tipp Nummer drei, das Ganze sollte einprägsam gehalten werden. Oh ja. Also sinnvollen Begriff. Hashtag MeToo fällt da überall rein. Das ist super. Habe ich nicht vergessen. Oder auch ein sinnvolles Kürzen nutzen. Fridays for Future, FFF, das macht dazu Sinn als Kürze. Worst Practice Beispiel wäre hier an der Stelle Fettig Google. Also FED und so weiter. Also das war das offizielle, zumindest eine Weile, offizielle Wahlkampf, Hashtag der CDU, CSU zur Bundestagswahl. Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Ja, jetzt erinnere ich mich. Und dann die Anfangsbuchstaben davon. Also Hashtag FEDIDWGUGL. Dann noch lieber ausgeschrieben. Das war die Hälfte der 280 Zeichen weg auf Twitter, aber immerhin verstehe ich jeder, was du meinst. Also als Tipp Nummer drei, Hashtags sollten sich gut merken lassen. Oh ja. Hashtag Kein fremdes Territorium betreten, ist Hashtag Tipp vier. Genau. Also für allgemeine Diskussionen sind populäre Hashtags ein Muss, um sich einfach da zu beteiligen. Für eigene Projekte nehmt ihr besser unbelegte Hashtags, also die einfach noch nicht von anderen Leuten eingenommen, geprägt wurden, einfach um da ist keine fremdes Territorium halt eben zu betreten. Beispiel von mir. Ich habe mal für die Global Meteorization in Research Conference in Klagenfurt am Wörtersee die Social Media Sachen halt mitgemacht. und da war halt das Problem gewesen, GMR war das interne Kürzel, aber das gibt es bereits das Hashtag, der Global Music Report. Da mussten wir uns halt eben was Neues ausdenken, da wurde es halt eben GMR-Digital als irgendwas Option. Genauso haben wir das auch bei anderen Sachen. Ich habe zum Beispiel unseren Newsletter, den es auch beim Online-Gast gibt, zwei Minuten, also Hashtag zwei als Ziffer Minuten. Hat er auch überlegt am Anfang, Hashtag zwei Min für Minute. Habt er mal geschaut und unter diesem Hashtag werden zwei Mitglieder einer Boy-Band in Japan miteinander geschickt. Ah, okay. Also auch nicht so ganz gut geeignet für Newsletter. Also besser recherchieren, bevor man dich für ein Hashtag entscheidet. Genau, und böses Beispiel vielleicht nur ganz kurz noch, der BDS Bund der Selbstständigen normalerweise. Aber es gibt auch eine internationale Organisation, die sich hat mit BDS abkürzt. Das ist eine Anti-Israel-Borkott-Bewegung. Möchte man nicht unbedingt mit das assoziiert werden. Das kann sonst böse werden. Also Tipp Nummer vier, immer recherchieren vor der Hashtag-Wahl. Aber auch Hashtag Tipp fünf, Doppeldeutigkeiten vermeiden. Also verliebt in Berlin, Hashtag V-I-B und wenn man alles nur aus Liebe abkürzen würde. Genommen hätte, das war der Originalname der Serie nämlich gewesen. Da wäre das alles nur aus Liebe. A-N-A-L, wäre büschelblöd. Statt oral wäre das dann anal geworden. Möchte man vielleicht nicht unbedingt verwenden. Tipp Nummer fünf, Hashtag Ideen immer gegenchecken lassen. Einfach um Doppeldeutigkeiten zu vermeiden, um ungewollte Sachen zu vermeiden. Bei der Gelegenheit auch auf Grammatik und Rechtschreibung achten. Ja, kurzes Beispiel. Aktuell wird ja sehr stark und kontrovers über die Regierungskrise in Thüringen berichtet. Und da ist mir auch bei Twitter aufgefallen, neben Thüringen mit Ü oder U-E geschrieben, also einfach das Bundesland, gibt es auch Schreibweisen wie Thurigen und Thüringen mit einem zusätzlichen H noch drin. Ist nicht blöd. Es ist keine schöne Sache, es ist eine blöde Sache an der Stelle. Also halt eben. Oder die Amazon Shit-Car-Show. Ja, also Amazons Hit-Car-Show an der Stelle. Hast du dann ja Absicht gemacht, populärer zu werden, oder? Ja, würde ich an der Stelle schon annehmen. Ich habe mehrere Wörter im Hashtag. Wortanfang immer großschreiben und immer auf die Rechtschreibung achten. Okay. Und wenn es das Hashtag steht, verbreiten. Genau, schlicht und ergreifend. Insofern da nochmal kurz Shoutout für unser Barcamp im September. Hashtag Barcamp, Hashtag Online-Gast. Genau, das wird nämlich das offizielle Hashtag sein, die Online-Gast. Also wenn ihr euch da mit Input... Für das ganze Barcamp. Ja. Auch krass. Ja, wir haben gedacht, wir spenden das Ding einfach mal. Passt doch ganz gut. Das ist auf jeden Fall Reichweite. Hashtag Korax natürlich auch auf Twitter. Radio Korax, Radio Korax, Hashtag Korax. Ja, Radio Korax. Ich glaube, Radio Korax oder Korax vor allem. Die laden auch eins zum Barcamp, die machen eine Live-Sendung oder so. Und da vielleicht nur gleich als Shoutout, wir werden beim Barcamp übrigens auch als Online-Gaste live berichten und alles streamen von der Veranstaltung. Und so sagst du mir das, okay. Ja, so sag ich dir das jetzt. Ich hätte sowieso da gewesen, aber ja. Haltet den September schon mal frei. Und ihr auch. Dann habe ich wieder ganz viel Zeit, hoffentlich. Also dann, das sind unsere sieben Tipps. Alles nochmal in Ruhe zum Nachhören, auch zum Nachlesen. Bei uns in den Shownotes quälen und Links packen wir euch da auch alles mit rein. Ja, genau. Und wenn man kein Hechtes mehr benutzt, dann bleiben die Wände auf Twitter leer. Und lang ist leere Wände. Und darüber hat der Stank hier ein Lied gemacht. Empty Walls. Sehr Stank hier an der Sänger von System of a Down mit seinem Solo, von seinem Solo-Album Empty Walls, wo es auch um etwas mehr geht als leere Twitter-Wände, wenn ihr mal aufgepasst habt. Das war es aber auch schon. Da haben wir zum Ende der Sendung angelangt, gibt es Feedback. Ich würde sagen, da wir schon deutlich über Zeit sind, schneiden wir das erstmal zusammen. Und Kurzfassung, heute ging es um Hashtag, Shownotes, Infografik und mehr monatlich auch in unserem 2-Minuten-Briefing unter onlinegeister.com Schrägstrich Newsletter zu abonnieren. Genau, Hashtag Online-Geister. Genau. Hashtag Newsletter. Und unser Feedback an dich, lieber Hörer. Du bist toll. Und euch, liebe Hörerin. Und euch, liebe Hörer. Personen, die uns gerade hört. Danke. Wir mögen dich fürs Zuhören. Das bedeutet uns wirklich was, dass wir gerade in deinem Kopf sein dürfen. Und ansonsten, Tristan, das war es für heute. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Und nächstes Mal hast du ein Thema. Wrestling. Das war Online-Geister. Radio bei Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com. www.onlinegeister.com